Familiengeheimnisse müssen keine Seltenheit sein. In manchen Fällen mag es klug erscheinen, etwas zurückzubehalten. Aber man fragt sich durchaus, warum manche Menschen Geheimnisse haben. So wie bei Theresa. Sie bewahrte Iris ihr ganzes Leben. Doch als ihr Enkel Johnny das Fotoalbum sieht, entdeckt er, wer seine Großmutter wirklich war. John. Auch er wuchs in einer ganz normalen Familie auf. Es gab viele schöne Momente, aber auf Weihnachten freute er sich am meisten. Die ganze Familie kam, es gab Geschenke und Weihnachtslieder, nichts liebte er mehr. Doch an Heiligabend geschah etwas Merkwürdiges. Seine Mutter Sue verschwand für einige Stunden. Was war der Grund? Als kleines Kind fragte er sich nie, wo sie abgeblieben war. Doch als er älter wurde, war er schon neugierig, was dahinter steckte. Er fand es seltsam und wollte aus ihr herausbekommen, was sie machte. Sie machte keine klaren Aussagen und er erhielt nie wirklich eine Antwort. Er musste aufgeben. Seine Mutter wollte auch nach Jahren nicht preisgeben, wohin sie verschwand. Er liebte sie und konnte sich nicht vorstellen, dass sie etwas Böses tat. Jahre später war er Lehrer und Schriftsteller. Seine Mutter war überaus stolz auf ihn und freute sich, dass er tat, was ihm lag. Er reiste durch die ganze Welt, es war wunderbar. Doch Weihnachten kam er stets nach Hause, um bei seiner Familie zu sein. Und wie jedes Weihnachten verschwand seine Mutter für ein paar Stunden. Doch irgendwann war es zu spät, die Wahrheit herauszufinden, denn seine Mutter hatte ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Er war tief getroffen. Es gab so vieles, was er sie fragen und ihr erzählen wollte. Sie war für immer verschwunden. Er wurde immer unglücklicher und ging kaum noch vor die Tür. Einige Zeit später bekam er einen Brief. Er wollte ihn nicht lesen, doch sein Vater zwang ihn dazu. Skeptisch öffnete er den Umschlag und gab sich ganz unbeteiligt, bis er las, was in dem Brief stand. Er kam von einem Robert. Der Mann war ihm unbekannt. Doch Zeile für Zeile flossen John mehr Tränen über die Wangen. Robert dankte ihm und seiner Mutter für alles. Sie hatte ihm und seiner Familie sehr viel bedeutet. Sue war am Heiligabend wie in den Jahren zuvor als Weihnachtsfrau verkleidet vorbeigekommen. Sie verteilt Geschenke und sorgte dafür, dass Robert mit seiner Familie Weihnachten feiern konnte, was sie sich sonst nie hätten leisten können. John konnte es nicht glauben. All die Jahre nagte an ihm die Frage, wo seine Mutter an Heiligabend war. Er wusste, dass sie ein großes Herz hatte, doch hatte nicht geahnt, dass sie einer anderen Familie ein so schönes Fest bescherte. Das spendete John Trost. Sie war wirklich ein besonderer und liebevoller Mensch. Er schloss mit ihr seinen Frieden, nachdem dieses Geheimnis nun endlich gelüftet war. Nia und Robert Nia und Robert waren ein ganz normales, unscheinbares Pärchen. Doch das änderte sich. Nia wurde mit ihrem ersten Kind schwanger. Nach der Geburt waren die frisch gebackenen Eltern überglücklich und planten gleich, ein weiteres Kind zu bekommen. Doch entgegen ihrer Erwartung hatte das Leben andere Pläne. Zwillinge. Sie konnten ja nicht wissen, dass das in der Familie lag. Denn dies ist in vielen Fällen genetisch bedingt. Das war zumindest die Erklärung des Arztes, weshalb sie nun zwei Babys in sich trug. Die beiden drehten durch die tollen Nachrichten total ab und freuten sich ungeduldig auf die Ankunft der Babys. Eine Familie mit drei Kindern, es klang wie im Bilderbuch. Doch trotzdem, nach einigen Jahren, wollte sie noch ein weiteres Kind bekommen. Sie musste ihren Mann erst überzeugen, da die Erziehung von drei Kindern schon recht anstrengend war. Doch er fasste sich ein Herz und sie übten fleißig, um ein weiteres Kind zu bekommen, mit Erfolg. Dieses Mal ging Nia allein zum Ultraschall ins Krankenhaus, damit ihr Mann Robert sich um die Kinder kümmern konnte. Doch die Ärzte sagten ihr, sie hätte weder ein noch zwei Kinder im Bauch. Moment, sie war mit Drillingen schwanger. Nia wusste nicht, wie sie auf die Nachricht reagieren sollte. Sie stand völlig unter Schock. Aber irgendwie musste sie es ihrem Mann sagen. Schließlich würde er es spätestens in neun Monaten erfahren. Weil sie wusste, dass sie es nicht ewig verschweigen konnte, wollte sie ihm die Nachricht in Form eines Geschenks zukommen lassen. Als er ein hübsches Päckchen fand, ahnte er noch nicht, was ihn erwartete. Einen Zettel und drei Bilder. Bilder von den Babys, die Nia in sich trug. Er guckte, ob nicht eines der Bilder doppelt war. Diesen Schock musste er erst mal verdauen. Aber dann freute er sich. Sie kamen mit den Kindern ja gut zurecht und würden es schon irgendwie schaffen. Er war zwar nervös, doch bis dahin gut abgelenkt. Theresa lebte schon lange in den Vereinigten Staaten. Sie war dankbar für alles, was sie sich dort aufgebaut hatte. Sie schien nichts zu verbergen. Doch als sie im Februar 2020 starb, fand man Dinge, mit denen man nicht gerechnet hatte. Theresa plauderte nicht viel über ihr Privatleben und verriet Fremden im Grunde gar nichts. Doch ihre Familie glaubte sie zu kennen. Sie war in Shanghai, China aufgewachsen. Dass sie ihr ganzes Leben etwas für sich behielt, hätte ihr niemand zugetraut. Doch was war es? Sie besaß ein Fotoalbum, das kein Mensch außer ihr je gesehen hatte. Ihre Familie bekam es erst zu Gesicht, als sie gestorben war. Ihr Enkel Johnny wollte bei ihr nach alten Fotos suchen. Er dachte ja schließlich, dass er sie alle bereits kannte. Doch das Gegenteil war der Fall. Er wurde in die 30er Jahre nach Shanghai befördert. Vorher wusste er nur, dass sie dort mal gelebt hatte. Bist du neugierig, was er im Fotoalbum seiner Großmutter gefunden hat? Schreib es uns in die Kommentare und drück auf den Daumen nach oben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten. So bleibst du bei unseren Videos immer auf dem Laufenden. Er hatte gehört, dass sie sehr musikverbunden war. Doch dass sie sogar so talentiert war, dass sie an der Universität von Shanghai studiert hatte und als Sängerin und Pianistin arbeitete, war ihm neu. Der Shitaku-Stil verbindet jenesische Arrangements mit Jazzmusik. Theresa war wirklich ein Naturtalent, denn das Genre ist nur schwer zu meistern und sie ließ es so leicht wirken. Als ob sie nie etwas anderes gemacht hätte. Sie hatte sich in kürzester Zeit einen Namen gemacht. Doch das war noch nicht alles. Sie hatte viele Hits und trat in berühmten Clubs auf. Leider dauerte ihr Glamour-Leben nicht lange. Als der Zweite Weltkrieg in Europa ausbrach, wurde auch in China gekämpft. Als der Krieg 1945 zu Ende war, litten viele unter Hunger und es gab ein strenges Regime, in dem jeder die Regeln befolgen musste. Shitaku-Musik wurde verboten. Es durfte nur Musik gemacht werden, die die Führer des Landes verherrlichten. Theresa litt unter dem Krieg und seinen Folgen und floh schließlich nach Hongkong. Hier konnte sie ihre Leidenschaft neu entfalten und die Menschen mit ihrer schönen Stimme verzaubern. Sie lebte danach in Singapur und wanderte schließlich in die Vereinigten Staaten aus. Sie hoffte hier, ihren musikalischen Traum fortsetzen zu können. Johnny hatte immer eine besondere Beziehung zu seiner Großmutter. Er wusste, dass sie singen konnte. Doch die Bilder zeigten so viel mehr. Voller Stolz teilte er sie auf Facebook. Er benannte das Album nach ihr. Die Fotos zeigen nicht nur ihre Erfolge, sie präsentierten eine wunderschöne Frau. Johnny fand heraus, dass seine Großmutter an der allerersten Miss Universe-Wahl der Welt teilgenommen hatte. Kein Wunder, sie sah damals echt gut aus. Sie war sogar in Hollywood. Es gab viele Bilder mit Prominenten. Sie hatte sogar beim Film mitgespielt. Sie war Model, Sängerin, Entertainerin und Schauspielerin. Eine echte Künstlerin. Aber Theresa legte nicht nur Wert auf Erfolg. Sie wollte eine Familie gründen. Und so geschah es. Sie heiratete und bekam Kinder. Aber um das Leben ihrer Familie so angenehm wie möglich zu gestalten, hielt sie es damals für notwendig, China zu verlassen. Dort tat sie alles, um ihre musikalische Karriere fortzusetzen und sie lernte die englische Sprache so gut sie konnte. Ihre Kinder hatten ein schönes Leben und wuchsen zu erfolgreichen Erwachsenen heran. Sie machten Theresa zu einer glücklichen Großmutter. Es war die Heimat ihrer Wahl. Er war froh, seine Großmutter noch auf andere Weise kennenzulernen. Seine Bewunderung für sie stieg nur noch weiter. Er war dankbar, dass sie die Entscheidung traf, in die Vereinigten Staaten zu ziehen. Er war froh, dort aufzuwachsen und wollte nie mehr weg.